Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Episode von Stardew Valley. Was machen wir gerade? Wir arbeiten immer noch darauf hin, dass wir Radieschen bekommen. Die wachsen aber gerade so langsam. Obwohl ich sie mit Beschleuniger gefüttert habe, gedüngt habe. Ich glaube ich besser. Wenn ich jetzt gerade die Mayonnaise abgegeben habe, die von Ebelchicken an unseren Freund in der Kalonisation, weil er liebt die ja. Ein bisschen Liebe. Hi Kumpel, ich habe da was für dich. Das ist ein fantastisches Geschenk für meine Leute. Leute, ist es eine große Ehre, so etwas zu erhalten. Oh, schön. Was hast du denn so? Ja, das Ding. Das ist Geld. Das ist richtig viel Geld. Kann ich da hinten jetzt rein? Mittlerweile? Geht noch nicht. Schade. Weiß ich leider noch nicht genau, wie wir da reinkommen. Mal bei Willy nachschauen. Jetzt gehen die alle schon nach Hause oder wie? Ah. Habe ich jetzt einen Köder irgendwie abgelegt? Und das sehe ich den wieder nicht. Weil ich plump bin. Hey Willy. Was geht's? Hm. Ah, wiederhacken. Kaufe ich mal. Ja, so ein großes hätte ich auch gern wieder. Hm. Soll ich? Nein. Die Iridium-Angler haben wir ja schon, oder? Das ist doch die. Ja. Okay. Da kommen wir noch nicht. Da auch noch nicht. Willy. Ah, komm. Für Willy brauche ich Diamanten. Schade. Ich bin momentan die ganze Zeit irgendwo ein bisschen hin- und hergerissen, was wir machen. Einerseits will ich in die Wüste. Andererseits gibt es hier immer noch relativ viel zu erledigen. Aber das Vicky habe ich ja auch offen. Hm. Ach so, siehst du gerade. Aha. Mist. Ich wollte gerade jetzt in die Wüste. Okay. Eben nicht. Dann basteln wir heute einfach. Hier. Bastelmaterialien. Hm. Wir können auch ein bisschen verschönern hier. Wie sieht es hier aus? Alles okay. Hm. Ja, gut. Gehen wir hier rein. Und basteln vielleicht ein bisschen was. Ah, ich glaube, wir könnten... ...das neue Gerät da bauen. Wo ist das? Da. Uns fehlt nur noch Eisen. Okay. Ein bisschen Eisen. 35 Eisen. Okay. Produziert regelmäßig Köder. Okay. Wo stellen wir das hin? Irgendwo, wo ich sehe. Früh morgens. Ja, hier kommt eigentlich was anderes hin. Ich weiß nicht, hier so vor das Fenster. Also kann ich ja auch nicht. Nein. Ich muss da später hin. Alles blöd. Hier so. Dem Skelett. Ja. Ganz okay. Ist wieder ein Bein da. Gut, was können wir noch basteln? Ich habe noch nie Öl hergestellt. Kohle und Eisen. Ja, die brauche ich. Die Treppen. Aber das... Naja. Ne. Hier. Wasser. Eisen und Holz. Pilze sollte man auch mal sammeln. Ich rede... Okay, der wäre cool, der Ring. Ich glaube, den könnten wir sogar machen. Nur 5 Iridium. Das ist halt... Schützt den Träger gelegentlich vor Schaden. Hm. Hm. Okay, auch gut interessant. Aber haben wir jetzt hier irgendetwas, was wir noch nicht gebaut haben? Oh, nix. Da sollten wir auch ein bisschen was noch produzieren. Die Dinger. Reichen es... Ja. Haben wir jetzt da wieder was davon? Habe ich die wieder verkauft? So doof wie ich bin? Na toll. Okay. Die habe ich, glaube ich, wieder verkauft. Die Eichen-Erz-Dinger. Hartholz. Naja. Hm. Käse. Ja, das brauchen wir. Stein. Stein. Wie viel? Ja. Gar nichts. Hm. Dann nehme ich das noch. Dann produzieren wir ein bisschen... Eisen. Ein bisschen Eisen produzieren. Wieso nicht? Kein Erzma. Okay. Das ging schnell. Zwei Iridium-Bahn. Wir könnten, glaube ich... Wie heißt das? Das Ding. Fünf Gold. Stein. Okay, dafür brauche ich auch Stein. Das bräuchte ich unbedingt. Ja. Gut. Dann lege ich hier einfach alles ab und gehen schlafen. Hier, Jade. Lehm. Haben wir auch jede Menge. Stein. Dann mache ich das jetzt nicht. Hier. Das behalte ich einfach mal. Die Mauern auch. Ja, komm. Das brauche ich jetzt gerade alles nicht. Dann gehe ich einfach schlafen. Morgens schauen, wie viel Glück wir haben. Komm her. Eine Bombe. Wenn es morgen ein guter Tag ist, in die Mine zu gehen. Nichts wie los. Okay. Ja, ja. Also, ich habe das Zeug nicht verkauft. Ja, egal. Kann ich ja jetzt machen. Wie viel Glück haben wir? Ich habe nichts davon. Ich habe doch was gesehen. Wir haben... Haben wir irgendwo ein Glücksfood? Irgendwas, was uns Glück bringt. Magnetismus. Minenarbeit. Hm. Okay, was braucht der Lutscher? Kann ich den einfach herstellen? Eigentlich easy. Ich brauche nur die... Höhlen-Dinger. Dann nehme ich den mal mit. Zum Essen. Ich hatte doch noch so das komische andere Essen da. Anderes Boost. Könnte ich auch gebrauchen. Das hier. Und Zweiglück. Und Verteidigung. Das nehme ich mit. Okay. Ähm... Kürzter trinken. Verkaufen. Äh... Habe ich eigentlich noch normales Essen auch? Ein bisschen was. Da... Irgendetwas, was es... Billig ist. Sieht nicht gut aus. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis das fertig ist. So. Hier braucht jetzt auch nichts. Hier. Oh, Cola. Die Erdbeeren sind fertig. Schön. Wenn der noch rupsen ist. Bei Piskipa im Bus ist, ist schon der halbe Tag vergangen. Also... Da habe ich genug Zeit. So. Einhoppen. Hier noch zwei. Okay. Aber ich alle lieb. Nein. Da wollte ich jetzt nicht rein. Ich wollte nur hier rüber. Ich lieb haben. Ihr habt schon wieder kein Gras hier. Wie schnell fresst ihr das weg? Ist hier ein bisschen Kohle? Ja. Das bringt Geld. Okay. Hier. Alles rein da. Bier. Da verkaufe ich jetzt auch mal. Keine Zeit. Haben wir noch so einen Teleporter? Ah, hier irgendwo. Nein. Den blauen. Der bringt mich halt ans Meer. Hm. Da ist auch nichts. Hier vielleicht noch irgendetwas. Da hätte ich noch so einen... Okay. Nicht eine Hasenpfote dabei habe. Bringt das vielleicht ein bisschen Glück, wenn ich die dabei habe. Könnte vielleicht nicht schaden. Ah, danke für den Pilz. Hier. So. Ist die schon da? Ist die schon da? Nein, die ist noch nicht da. Nehme ich. Oh, die wird jetzt dann gleich kommen. Hier unten noch ein bisschen Liebe verbreiten. Ich habe euch alle lieb. Hier drin. Okay, ist es fertig. Ich habe mich auch lieb. Wow, geht das hier jetzt schnell hoch? Äh. Ja, das hier. Okay. Ja, das nehme ich später. Falls ich Zeit habe. So, jetzt sollte die aber schon da sein. Ja, da steht sie schon. Wir haben gut abgearbeitet. Wir fahren jetzt gleich rüber. Hm. Das wird jetzt hektisch. Gleich rein und runter. So. Gut. Gleich ein bisschen Glück und Verteidigung. Okay. Okay. Was hat das bitte mit Glück zu tun hier? Warum sind hier alles... Alles? Oh. So. Ja, ich will lieber runter. Gerade hier... ...irgendwie festzuhängen. Hier überall sind... Ich dachte, ich hätte Glück. Das will ich gerade nicht so. Nein. Ah, so. Ich will runter. Ich habe doch jede Menge Glück. Ja, so. Äh, ein Schwerz. Nein. Ah, hier. Ja. 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 Ja, wo geht es denn hier ab? Schnell, 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 schnell. Das ist da. Iridium, yes. Das ist schon mal gut. Okay. Endlich habe ich gerade Ultra... What the... Was war das denn jetzt für ein Angriff hier? Meine Güte. Das ist hier gar nicht mehr lustig. Ja. So. Hier, Erik, äh, Eisen. Oh. 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 Okay. Habe ich irgendwie Bech geskillt? Komm her. So. Stein. Nehme ich. Alles. So. So. Jetzt verbrückt er. Schleimig. Ich habe eine Hasenporte dabei. Ich habe jede Menge Glück. Okay. Hier ist gerade echt wenig. Da drüben. Stein. Brauche ich. Vielleicht ein bisschen sinnlos, aber... Aber... Hm. So. Achso. Ich könnte... einen Kaffee trinken. Dann bin ich schneller. Schönen alles abarbeiten hier. Hier ist... Also Gold habe ich genug. Jetzt kommt so ein Vieh. Wo kommt's? Ja, wo ist jetzt der Ausgang? Hier. Okay. Ach, hier ist... Nein. Oh. Ach. wieso sind da jetzt gerade so viele käse essen käse bringt ja einigermaßen keiner will dich und da kommt schon der nächste glaube ich das ist aber viel stein dahin gehen lohnt sich gut diesmal werde ich nicht gleich angegriffen wie schön das ist schon ein drache ouch was soll ich den drachen erledigen ok es sich die mal das mal so gut da oben ging es ja runter verschwindet keiner will euch das kann doch nicht wahr sein liegt das an meinem glück kommen die wenn man mehr glück hat das wäre ja richtig doof da ist gerade richtig viel pech weiter geht's oh mein glück ist vorbei vielleicht kommt deswegen keiner mehr kaum erwähnt man es wo kommt er denn da hergeflogen habe ich den abgang schon gesehen habe ich das vergessen ich bin jetzt wieder runter noch eine stufe oh jetzt kommt einer oder so ein drache ja ok ok hier geht's runter hier ist ja viel hier ist schon der ausgang das kann ich auch hier nicht das auch nicht den knochen naja das bringt null heilung brauche ich nicht ok da sind große steiner oh nein hat er mich noch getroffen gut aber steine jede menge steine da bin ich froh da bin ich froh so da ist eine Träne ach komm ach danke hab mir gleich den weg gezeigt das bringt ja auch ein bisschen glück und schutz so hier ist so eine hinunterspringen 3 ok das ist gar nichts ach schau mal an wen haben wir denn da ach hier geht's gleich runter perfekt noch was hier ausnahmsweise mal iridium bahn oder so etwas komm doch lass mich in ruhe schön diamanten hier geht's auch wieder runter nichts wie ab es ist mittlerweile schon ziemlich weit unten oder 14 und ich sehe es gerade wieder aus also so weiter runter ach komm okay jetzt wird's kritisch bitte töte mich nicht ach okay da Käse ich muss ins Bett ich will nicht schlafen so hier mal rüber ah hier geht's runter gut hier ist nichts hier immer noch nicht ich muss gehen Mine verlassen ja ich schaff's sonst zeitlich nicht mehr wohl hier vielleicht noch ich hab keine von denen gefunden wie schlecht war denn das jetzt zum allgemeinen wir haben nur ein iridium bekommen wir haben keine dioden bekommen habe ich mich mit dem Glück gerade vertan das Schwert lege ich mal hier rein den Knochen gut ups nein meine Pflanze alles deine Schuld so wir müssen ins Bett doch wir haben aber nur vier obwohl wir so weit unten waren gut das war's aber auch schon wieder für diese Folge vielen Dank dass ihr zugesehen habt wir sehen uns in der nächsten Folge von Stadio Weldi wieder und ciao hau euch lieb 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 hau euch lieb